Beim Überflug mit der Drohne ist deutlich zu sehen, welchen Pfad der gewaltige Tornado nahm, der am Dienstag Teile des US-Bundesstaats Iowa verwüstete und mehrere Menschen das Leben kostete. Allein hier in der Kleinstadt Greenfield waren Dutzende verletzt und viele Häuser bis auf ihre Grundmauern zerstört worden. Zunächst stand nicht fest, wie viele Menschen in der 2000-Seelen-Gemeinde durch den Wirbelsturm getötet, verletzt oder vertrieben wurden. Greenfield liegt rund 100 Kilometer westlich der Hauptstadt Des Moines. Die Gouverneurin von Iowa, Kim Reynolds, sagte alle Mittel des Bundesstaates für den Wiederaufbau der betroffenen Gebiete zu. Zunächst müsse man Tausende von Einwohnern mit Unterkünften, Lebensmitteln und Wasser versorgen und zudem die Stromversorgung wiederherstellen. Reynolds rief für 15 Landkreise den Katastrophenfall aus, damit staatliche Ressourcen für die Bewältigung der Folgen des Sturms genutzt werden können. Ressourcen Ressourcen